Hallo und herzlich willkommen zu Atlas, einem neuen Spiel, was wir empfangen können. Es ist nicht das erste Mal und es wird auch keine wirkliche Serie sein, sondern eher ab und zu mal ein Video dazu. Man hatte schon mal ein kleines Raft, was man leider verloren hat auf einer Insel. Ganz da hinten, aber man sagt sich, man fängt nochmal neu an und expandiert direkt in die großen Gefilde. Viel Parsley, was ich hier gerade finde, was mir nicht viel weiterbringt. Ich brauche mehr Jute. Aber gut, wir haben... Machen wir mal auf 300 hoch. Ah, was machen wir denn Schönes? Hand-to-hand-Combat. Jui, 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 jui. Tools. Studies. Airskill. Rafting-Speed wäre auch was Gutes. Man kann... Oh. Okay. Man darf nicht einfach rumstehen. Gute Ameise. Die habe ich noch nicht gesehen. Aua. Ja, rumstehen ist, wie man sieht, böse. Das Vieh hat mir auch echt gut eine reingedrückt. Muss ich sagen. Aber ja, mal gucken, wie es hier auf der Insel ist. Wir suchen momentan irgendwie eine halbwegs gescheite Insel, wo man sich... hinbegeben kann. The Rattlesnake verfolgt mich, ne? Oh ja, du musst jetzt auch noch dazukommen. Wo kommst du denn her? Das ist... Da bin ich tot. Das passiert wohl häufiger. Ähm... Aber das macht nichts. Tendenziell finde ich es hier jetzt aber nicht so unglaublich schlecht. Es hat zwar viele Tiere... die nicht gerade freundlich gesinnt sind, aber... ist jetzt nicht der schlimmste Ort. Wenn ich mal zumindest Jute finden würde. Damit ich anfangen kann, was zu craften. Das ist dann eher so das Problem, wenn man hier irgendwo mal was sammeln will. Und es kommt sofort irgendwo eine Giant Snake hin. Das ist Poo. Da haben wir auch so ein paar kleine Docks. Tendenziell geplant ist aber auch eher direkt jetzt ein großes Dock zu bauen. Aber... Aber... Man weiß es ja... Jeder Start ist schwer. Und diese Wölfe... noch mehr. Blime ist auch... Die sind um einiges schneller als ich eigentlich. Die sind sich aber an mir verloren. An irgendwelchen anderen Tieren. Meine Frage hier ist wirklich nur, welche... welche dieser Pflanzen geben mir hier mal... Nicht Parsley. Und sichtlich keine von denen, weil... Alles gibt mir Parsley. Na, gegebenenfalls wird dann doch nochmal der Sourge-Change. Oh, da war jetzt einmal Jute dabei. Okay. Okay. Zwischen 300.000 Parsley's gibt's auch mal Jute. Ich kann mal... Das Game ist ein bisschen weniger Buggy im... Das Poison-Modus, hab ich das Gefühl. Na, Giraffe? Ansonsten, ich bin ja jemand, der sowieso kein Arc gespielt hat. Deswegen kann ich zu Arc nicht viel sagen. Ähm... Bis jetzt, bis auch schon ein paar kleine Start-Schwierigkeiten. Und hier und da... nicht die beste Performance. Sonst ist es ein brauchbares Spiel. Meines Erachtens. Der Held ist ja sehr, sehr groß auf dieses Game. Aber, äh... Meines Erachtens ist das... Halbwegs in Ordnung. Ich kann noch nichts bauen. Was fehlt mir denn? Pfeiber hab ich tatsächlich... Ich brauch mal Holz und Stein. Das kriegen wir hin. Also, ich hoffe, wir kriegen's hin. Loots zählen wahrscheinlich nicht. Zu Holz, oder? Ach, das ist Thatch dann. Okay. Ich brauch mal Edgewood bekommen. Gott. Natürlich. Wieso ist der denn immer pissig auf mich? Aua. Hihihi. Du kannst nicht schwimmen. Gucken, ob's da hinten ruhiger ist. Wo gehen wir denn hin? Okay. Ach, ein Krokodil. Das ist natürlich jetzt Poo. Das ist ein bisschen ein besserer Schwimmer als ich auch, ne? Aua. 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 Ich glaub, ich schaff's nicht hierüber. Ne. Man merkt schon, einen guten Server zu finden, ist nicht das leichteste. Einen, wo man, äh, halbwegs in Ruhe sich aufbauen kann. E4 kann ich irgendwie... Ne, E5 kann ich leider nicht spawnen. Ich probier mal E4. Oder war es E4, den ich nicht spawnen kann? Probieren wir es da mal. Kurz, äh, zu gucken. Wie es da so ist. Wenn das geht. Jetzt kommen wir zu allen der Probleme. Es sind unglaublich lange Ladezeiten. In einem weißen Stream, wo man nicht weiß, ob es jetzt einfach nur abgestürzt ist oder nicht. Und man einfach hoffen muss, dass es nicht abgestürzt ist. Oh. Das ist so ein Freeport-Ding. Wenn man hier nicht gut farmen kann, dann weiß ich auch nicht. Also tendenziell sind mir hier einfach zu viele Leute unterwegs. Sag ich jetzt schon. Zu viel rumgeschreie. Geh mal rüber. Darüber. Aber ansonsten finde ich... Ja, ich hab's verstanden. Ich möchte ja auch weg. Aber ich möchte erstmal ein schönes Schiff bauen. Auf E4 sind wir. E4 finde ich, glaube ich, nicht schlecht. Da könnte man anfangen, ordentlich zu bauen. E4 finde ich, glaube ich. Ich glaube, da der Plan sowieso besteht, daraus ein fettes Schiff zu bauen, würde ich mich hier erstmal bedanken für die kleinen, lustigen Tode, die ich alle erlebt habe. Und wir sehen uns, wenn die Schiffswerft vorbei ist. Wie gesagt, es ist momentan noch ziemlich buggy. Es ist ein Spiel, was jetzt nicht komplett bugfrei ist. Es ist mehr oder weniger erst rausgekommen. Also er gibt dem Spiel noch seine Zeit. Und ich denke, dann wird es früher oder später auch ein solides Game werden. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.